Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, es wird auch langsam dunkel. Das ist sowieso nicht so gut. Wir können ja mal an unser bescheidenes Baumhaus hoch. Oder erstmal nehmen wir mal hier ganzen Stickies mit. Dann haben wir jetzt wieder Platz. Die Steine können wir auch mitnehmen. Oder noch zwei Steine und einen Hasen. Nee, lassen wir lieber. Dann lassen wir. Ach du, die können wir nicht mehr tragen. Dann laufen wir einmal schnell runter. Das war beinahe Selbstmord. Aber auch nur beinahe. Gut. Dann schnell hoch. Und ab in den Koje. Viele fragen, ob das Leben im Wald hart ist. Jep, das ist es. Naja. Ab ins Haus. Aber wir können noch nicht schlafen. Aber wir steichern noch nicht. Wir steichern noch nicht. Wir speichern immer. Hallo, bitte nicht aufhängen. Ach. War das schon nicht. Gut. Wir können ja mal Feuer machen. Mal gucken, ob wir was auf der Tasche haben. Oh ja. Wie wär's denn mit nem Hasen? Einen schönen Hasen können wir da mal raufballern. Ein bisschen anheizen das Feuer. Ja. Schon gemütlich so ein Leben im Wald. Ja. Ähm. Ja. Auf jeden Fall wollte ich noch sagen, ich bin sehr motiviert. Ich freue mich schon, dass wir endlich richtig, also wirklich richtig durchstarten können auf dem Kanal. Ja. Ja. Also die wird jedes Wochenende, ich schätz mal, jeden Samstag dann einmal als The Faust geben. Und jeden Freitag, ja nennen wir den Freitag, ja jeden Freitag, äh, Let's Play Pokémon. Also ich weiß jetzt noch nicht, wann, äh, Pokémon Hartgold weiter, wann ich da weiter zocke. Ähm, weil im Moment, bin ich ganz ehrlich, hab ich nicht so wirklich Lust darauf. Ich bin voll fixiert auf The Faust, aber, naja. Auf jeden Fall, ähm, äh, was war ich denn eigentlich genug? Auf jeden Fall, ähm, wird es bald wieder mit Pokémon losgehen. Ich werd, also ich muss mich den einfach dazu zwingen. Vorher zurück einen weg, ähm, und ja. Ähm, warum können wir denn noch nicht schlafen? Bin ich echt so spät in der letzten Nacht... ...Petten gegangen? Na ja, egal. Hm, 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 hm. Wir haben noch ein paar Beine. Einen Totenschädel, vier Totenschädel, oha. Ja, natürlich auch ein bisschen Schnaps. Bisschen, also nicht nur ein bisschen Money, wir haben natürlich immer massig Money in the Bank. In der Cash. Ne, in der Hosentasche. In the Back. Medizin haben wir natürlich auch. Natürlich nennen wir die nicht in Verbindung mit Alkohol. Zwei Äxte. Was ist eigentlich die Meister von Axe? Ist das Äxte? Ich glaub schon, ne? Ich sag einfach Äxte. Denn halt nur unseren Totenschädelwaffe. Dynamit. Und dann Speer. Zack. Ah ne, scheiße. Somit meint der Tinger kaputt. Gut. Nehmen wir mal lieber wieder raus. Wie sieht so ein Schafmaus? Och, immer noch nicht. Alter. Und da drückt grad schon wieder. Na gut, jetzt geht's wieder. Das sind drei Minuten, in denen wir schon was hätten machen können. Wäre es bloß sehr hell. Ich glaub, wir können theoretisch den Azor durchmachen. Ja, was haben wir denn noch so? Im Harz haben wir 173 mal. 625 Blätter noch. Munition für Flaregang. 18. Äh. Noch ein paar Zähne. Blaubeeren haben wir 18, glaub ich. Wenn ich das richtig erkenne. 440 Closus. Federn. 5. Ich glaub, damit können wir uns schon wieder neue Pfeile machen. Ah, scheiße. Keine Liste gießen. Äh. Survival Guide. Brauchen wir nicht. Das Walkie Talkie ist bei mir auch nichts. Unser Walkman. Jo. So. Achso, äh. Schreib mal unten in die Kommentare rein, wie wär's mit ne, ähm. Musik Playlist für The Foes. Ja. 6. Oder 8. Nee. 6. 7 Cola. Und ein bisschen Fleisch haben wir auch noch. Passenger Manifest. Kräuter haben wir auch genug. Mein Gott. Alter. Weißt du was? Ich geh einmal schnell runter. Und schlag ein paar Stickies. Nichts Stickies. 1. Warum auch immer ich jetzt nicht treffe. Ich habe nichts getrunken. Geht doch. Manchmal ist die Hitbox hier bei Forza echt für den Arsch. Da ist sie noch schlechter als bei ähm bei Forza, meinte ich. Komm mal. Ich kann echt immer noch nicht schlafen. Mann, Mann, Mann. Gut, ähm, das war glaube ich ein Sticky. Na. Ich wollte die Federn. So, eine Feder haben wir noch übrig. 28 Bögen. Ja, damit kann man arbeiten. 4 Seile haben wir noch. 4 Luftkanister. Eine ähm Na, wer ist das? Toll. Turtleshell, ja, äh. Bringt viel weg, wenn ich das den Leuten sage. Die können irgendein nicht können. Naja, halt. Äh. Panzer. Von, von, von. Wie heißt das? Scheiß wie? Schildkröte, genau. Einen Schildkrötenpanzer haben wir noch. Falls wir mal irgendwann unterwegs sind und dann ja, Wasser brauchen, also trinken brauchen und wir keine Cola mehr haben. Das wäre ja was, was wir auch noch brauchen könnten. Noch ein paar Vorräte. Für, ähm, Snacks und Soda. Oh, können wir jetzt endlich schlafen? Alter, ich glaube es nicht. Komm, wir gehen nach hinten. Nehmen ein paar Steine mit. Wir nehmen ein paar Steine mit, genau. Ähm. Ne, hab ich's gewusst. Steine können wir nicht mehr mitnehmen. Komm, wir kommen hier runter, ohne abzustürzen. Entweder halluziniere ich oder da unten war gerade eine von einer Leuchtpatrouille. Bitte sag mal, dass ich halluziniere. Alter, habt ihr das auch gesehen? Hier hat doch irgendwo unten eben gerade was geleuchtet. Alter. Zeit doch! Komm mal her! Oha, die sind sehr sauer. Mal schnell, kurz ins Wasser. Energie auffüllen. Ja, lauf doch. Ich weiß, du hast keine Aussauer mehr, aber scheiß drauf. Kommt her. Traut euch. Nichts. Stark zu. Ja, geht doch. Äh, scheiße, der lebt noch. Genau, macht euch gegenseitig fertig. Warte. Oh, scheiße. Schnell ins Wasser, schneller. Oh, Alter. Fuck. Damit hab ich nicht gerechnet. Damit hab ich überhaupt nicht gerechnet. Scheiße, wir werden draufgehen. Wir werden draufgehen. Scheiße. Dämlich ist, hier kann ich im Wasser auch das scheißverdammte Inventar nicht öffnen, um schnell Medizin zu stupfen. Verstehe ich? Und wir nehmen lieber die Waffe. Sind die jetzt abgehauen. Jungs? Äh, sorry. Junge und Mädel. Wo seid ihr? König und zwei? Tschüss. Ja. -